Oben bei sich in der Base. Hat das ihn gepusht? Oben drauf. Schaut. Zwei Siege erzielt. Weiter so. Los, holt euch eure Belohnung. Oben hat Hits. Schade, da kriege ich mir eine Piste. Starke Beute. Bereit machen für Wiedereinstieg. Schade, da kriege ich mir eine Piste. Das muss oben drauf sein, ne? Oder unten am Barrel? Ne, das ist unten am Barrel irgendwo. Zehn Sekunden. Ne? Nein, doch, der hockt da beim Barrel. Ich sag's doch, ich schieß nicht hin, ey. Merkst du, ne, wie nubig ich manchmal bin, ne? Ich sag so, erst 100% beim Barrel. Ich hab alles abgescheckt. Und ich schieße nicht so, ich prüfe ja nicht so. Was ist denn los, ey? Er hat mich. Beendet, nur noch du bist übrig. Hä? Er hat sich hing... Er legt sich wirklich dahin. Wir sind schwatten wieder hin. War nicht gut gemacht, ne, aber... Ich hab, glaub ich, in diesem Spiel noch nie hingelegt. Nutzt du diesen Schattenzum? Der hat ja auch wieder gepusht, oder was? Mhm. Ja, spielen wir jetzt mal ein bisschen defensiv, würd ich sagen. Lass dich ruhig mal einpushen. Komm, beide über links. Letzter Überlebender, bring es zu Ende. Ich hab keinen Monster-Megger-Beutel gesehen. Das war verwechselnd. Auf zur nächsten. Bitte nur zwei Schuss. Jetzt gilt es, schlagt sie zurück. Auch rum drauf. Schön. Ich rieche Blut. Ich bin die Beine weggeschossen. Jetzt gilt es, schlagt sie zurück. Verste ich jetzt nicht. Ja, ja. Der eine ist noch in der Base. Ja, auf Seite. Jetzt gilt es, schlagt sie zurück! Toll, du hast morgen finanziert. Außer dir ist niemand übrig, schau doch deinen Arsch auf. Der andere ist ja genau da. Der kommt zu dir angerutscht. Das ist ein scheiß Ding. Das darf ich hier nicht mehr. Unentschieden. Bereit machen für die nächste Runde. Matchball für unseren Feind. Wehrt euch. Wieder oben. Habe ich oben. Das ist hinten rechts bei mir. Also bei sich in der Base. Der kommt zu dir rüber. Push von links. Der ist links, links. Schön. Drei in Folge. Leichte Beute. Gleichstand. Wir holen auf. Los jetzt. Ja, die werden jetzt schwitzen. Schwitzen oder ruhig die Parts, die spielen an zu beiden? Also nicht verlieren wollen? Ja, die kommen schnell gepusht. Der andere ist noch bei sich in der Base. Und schwitzt. Ich habe ihn gewitzt. Ich habe ihn gewitzt. Nein. Jetzt habe ich ihn gewitzt. Jetzt muss er ziehen. Haha, du Arsch. Ich nehme die Blankgranate in Weiß, wobei es... Oben. Nee. Zack. Haha. Ausgesetztes ganzes Spiel. Fertig. Outplay. Outplay. Outplay.